Es muss schön sein, da oben. Aber die sagen, es gibt dort keinen Platz für uns. Botschafter, was bringt Sie hierher? Aus Sicherheitsgründen hat der Rat beschlossen, Sanktionen gegen Sie zu setzen. In der Nacht werden die Aufgänge versiegelt und die Energiezufuhr gekappt. Wollen Sie mir drohen? Was haben Sie vor? Wir warten schon viel zu lange hier unten. Wollen Sie meter? Sanktionen gegen Sie zu setzen. In Kristen. Untertitelung des ZDF, 2020